Eine Region steht Kopf, es ist Derby-Zeit in Franken. Herzlich Willkommen im Maybit-Wettstudio. Nürnberg gegen Fürth mit insgesamt 255 Nachbarschaftsduellen ist das die am häufigsten ausgetragene Fußball-Derby-Begegnung Deutschlands. Doch bevor wir uns diesem Prestigespiel widmen, schauen wir kurz auf unseren Wettkönig der Woche. Der kennt sich ganz gut aus. In vielen Sportarten, Fußball, Basketball, Football und Cricket gehörten zum Repertoire von Leonhard S. Er hat in dieser Woche mit einem Einsatz von 50 Euro bei uns 1200 Euro Gewinn gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Vom Gewinnen konnte man in Fürth seit dem zweiten Spieltag leider nur träumen. Aber man sollte sich nicht so leicht täuschen lassen. Trotz der zehn Spiele ohne Sieg sind sie viel besser, als es scheint. Gegen die Spitzenmannschaft, nämlich aus Dortmund und Gladbach, kann die Haut äußerst teuer verkauft werden in Fürth. Und zuvor wurde ja auch dreimal unentschieden gespielt. Da käme doch ein Derbysieg genau richtig. Wie vergangene Saison im DFB-Pokal-Achtelfinale. Wieder ein 1 zu 0 und der erste Heimsieg des Kleeplatz in der Bundesliga wäre perfekt. Das wollen natürlich die Nachbarn aus Nürnberg mit allen Mitteln verhindern. Mit dem frisch gestärkten Selbstvertrauen aus dem Spiel gegen Bayern fordert nun auch Trainer Dieter Hecking Revanche. Im selben Atemzug tritt er aber auch auf die Euphorie-Bremse. Wir sind noch nicht über den Berg. Der Punkt gegen die Bayern war ein Anfang. Jetzt will ich sehen, dass wir solche Leistungen gegen alle anderen auch abrufen. Auch gegen die Rivalen von nebenan? Ein Derby ist immer schwer vorherzusagen. Das zeigen auch unsere Quoten. Ein richtig getippter Sieg der Vierter zahlt bei 10,24 Euro. Das gleiche für den Klub und 28,50 Euro winken. Bei einem richtig getippten Unentschieden sind es 34 Euro. Wir wünschen wie immer den richtigen Tipp.